Hallo, ich bin's Ruth. Willkommen zurück auf meinem Kanal Zwischentausend Zeilen. Ich töne immer so groß, dass ich eigentlich keinen Sub habe und jetzt gucken wir heute mal, wie viele ungelesene Bücher tatsächlich hinter mir im Regal stehen. Vor ein paar Wochen hat Lauri, eine von euch Zuschauerinnen, mich gefragt, wie es denn tatsächlich mit ungelesenen Büchern bei mir im Regal aussieht. Ich bin ja seit schon einer ganzen Weile eher auf E-Books und Hörbücher umgestiegen. Und kaufe auch sehr, sehr wenig Bücher, auch digitale Bücher, so im Voraus, sondern meistens immer erst, wenn ich das Buch gerade beginnen will. Und Lauri hatte mich gefragt, wie viele ungelesene Bücher sind denn nun dein nicht existenter Sub? Und dann habe ich tatsächlich mal gezählt. Das ist ein bisschen schwierig zu bestimmen im Regal hinter mir, weil im Regal hinter mir nicht nur Bücher von mir stehen. Und vor allem im Bereich Sachbücher steht da einiges, was gar nicht mir gehört und woran ich auch nicht wirklich Interesse habe. Und im Bereich Fantasy noch so ein paar wenige. Und im Bereich Thriller und Krimis gibt es auch einige Bücher, die ich nicht gelesen habe, die hier im Regal stehen, an denen ich aber auch kein Interesse habe. Und sie gehören mir auch, naja, pro Forma gehören sie mir eigentlich nicht. Ich bin dann doch auf 27 ungelesene Bücher gekommen, an denen ich aber auch immer noch Interesse habe oder an denen ich überhaupt Interesse habe, die ich lesen will, die ungelesen hinter mir stehen und die ich immer so vor mir herschiebe. Manche stehen da schon ewig, manche sind neu dazugekommen, manche sind Geschenke. Andere habe ich mal so gebraucht bei einer Rebuy-Bestellung einfach mit in den Warenkorb getan. Es sind auch welche dabei, die ich mir mal vor einer Weile als Challenge besorgt hatte. Ich hatte so eine Videoidee oder zwei Videoideen und daraus ist nie was geworden. Deswegen habe ich die Bücher auch nie in Neuzugängen gezeigt, weil ich erst an der Videoidee ein bisschen feilen wollte, wie auch immer. Ich habe jetzt nach Genre unterschieden und zeige euch, welche Fantasy-Bücher ich noch ungelesen im Regal habe, welche Krimis und Thriller, welche Romane und historischen Romane und ich habe tatsächlich einen Liebes-Roman im Regal hinter mir stehen, den ich noch nicht gelesen habe. Mich würde natürlich am Anfang sofort interessieren, wie ihr das mit eurem Sub-Hand habt. Sind das viele Bücher und fühlt ihr euch davon eingeschüchtert oder habt ihr gerne so viel Auswahl? Oder haltet ihr euren Sub auch relativ klein und kauft die Bücher dann immer erst, wenn ihr sie lest? Da würde ich mich sehr über eure Kommentare freuen. Und jetzt zeige ich euch die Bücher, die bei mir noch ungelesen im Regal stehen. Ich werde euch nicht viel zum Inhalt der ungelesenen Bücher sagen. Ich werde euch vielleicht ein Stimmungsbild geben, auf welche Bücher ich viel Lust, Mittellust und wenig Lust habe. Und am besten fangen wir an mit Romanen, Jugendromanen und Romance. Da habe ich nämlich am wenigsten. Fangen wir mal an mit Gar kein Plan ist auch eine Lösung von Kira Groh. Anka vom Kanal Ankas Geblubber hat in Kooperation mit der Autorin dieses Exemplar in meine Richtung geschickt. Da bin ich total dankbar drüber. Anka findet nämlich die Bücher von Kira Groh total super. Und ich habe von der Autorin noch gar nichts gelesen. Das ist eine Hausnummer im deutschsprachigen Liebesromanbereich. Ich finde vor allen Dingen auch, dass die Cover im Forever Verlag wirklich wunderbar aussehen. Ich stelle mich auf was Witziges ein, auf was Romantisches und vertraue da ein bisschen auf Ankas Geschmack. Und das hier werde ich auch wirklich zeitnah lesen. Immer und immer und immer wieder zeige ich euch The Hate U Give von Angie Thomas als ein Buch, was ich vor mir herschiebe. Und das nimmt auch schon physische Züge an. Ich habe nämlich dieses englische Exemplar gekauft. Da war das Buch relativ frisch rausgekommen. Und ich war ganz sicher, dass ich das schnell lesen würde. Und habe es dann immer weiter vor mir hergeschoben. Nicht, weil ich da keine Lust drauf habe. Oder weil ich denke, ach ja, es kriegt so schlechte Kritiken. Das kriegt es nämlich auf gar keinen Fall. Aber das ist so ein Kandidat. Erstens muss man, glaube ich, in der richtigen Stimmung sein. Es geht um Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Und man muss da, glaube ich, in der richtigen Stimmung für sein. Und das ist so ein Kandidat, wo ich denke, ich weiß eigentlich, dass mich das begeistern wird und dass ich das gut finden werde. Ja, dann schiebe ich es mal noch. Irgendwann werde ich dazu kommen. Mal gucken, ob ich es dann tatsächlich in physischer Variante lese oder vielleicht sogar als Hörbuch höre. Das ist jedenfalls jetzt im Jugendbuchbereich eins der zwei Bücher, die ungelesen hier im Regal stehen. Und dann habe ich zwei Geschenke, die auch noch in diesen Romanbereich fallen. Nämlich einmal ein Jugendroman und dann ein Erwachsenenroman. Und beide habe ich von Sarah-Sophie geschenkt bekommen. Der Sommer, als Chad ging und Daisy kam von Jennifer Guthammer ist ein Jugend-Sommerroman, den ich mir noch ein bisschen aufhebe, bis ich wirklich in Sommerstimmung bin. Aber ich glaube, es geht um Trauer und Trauerüberwindung und Familie finden, dass Familie nicht zwingend auch immer genetisch sein muss. Und das sind natürlich Themen, die mich immer total interessieren. Und deswegen werde ich das hier dann eher in den Sommermonaten lesen. Aber bisher gehört es faktisch noch zu meinem Sub. Und das geheime Glück von Julie Cohen ist das zweite Geschenk von Sarah gewesen. Das hatte sie im vergangenen Jahr gelesen und wirklich für richtig, richtig gut befunden. Und mir deswegen vermacht. Es geht um ein Ehepaar, beziehungsweise einen Ehemann, der aus der Rückschau die Geschichte seiner Ehe erzählt. Und man sich sozusagen rückwärts einem Ereignis in der Vergangenheit annähert. Und das hörte sich von der Erzählart her so interessant und einzigartig an, dass mich das schon angelacht hatte, als Sarah das immer in ihren Videos gezeigt hat und erwähnt hat und geschwärmt hat. Und dann hat Sarah mir das ja auch vermacht. Also, das ist so im Romanbereich jetzt das, was ungelesen hinter mir steht. Vier Bücher finde ich eigentlich ganz gut. Im Fantasy- und Krimi-Thriller-Bereich sieht das anders aus. Aber vielleicht machen wir erstmal mit den historischen Romanen weiter. Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff hat mir zu Weihnachten dieses Schätzchen hier geschenkt. Und ich habe total Lust auf die Geschichte, aber das Format ist was, was mich total zurückhält. Das ist ein relativ eng bedrucktes, dickes Taschenbuch und irgendwie lacht mich das nicht so an. Ich werde mal gucken, ob ich mir einfach das E-Book dazu kaufe. Das Hörbuch wäre mir sogar noch lieber. Ich glaube, das ist nie produziert worden. Also, es gibt hier keine Hörbuchfassung. Das ist jedenfalls ein Auftakt einer historischen Trilogie und zwar im Mittelalter eigentlich. Und in dem Bereich habe ich wirklich in den letzten Jahren wirklich fast gar nichts gelesen. Und das spielt sich, wenn ich historisch lese, immer eher so im 18., 19. und dann frühen 20. Jahrhundert ab. Aber weil Jenny so darüber schwärmt und das eine Zeit ist, in der ich mich sonst nicht so bewege beim Lesen, habe ich Lust darauf. Das Format lacht mich nicht so an, das habe ich jetzt auch schon gesagt. Und mal gucken, wann ich dann dazu komme. Ein Kandidat wie The Hate U Give, den ich euch auch immer wieder zeige und für den ich mich so langsam auch schäme, ist Für Immer die Deine von Jana Fosen. Ein Roman, der in zwei Zeitebenen erzählt wird, einmal während des Zweiten Weltkriegs und dann in unserer heutigen Zeit. Und ich habe so oft schon gesagt, ich war auf einer Lesung von Jana Fosen und die hat aus diesem Buch vorgelesen und es war humorvoller, als ich das erwartet hatte. Und die Figuren, die im Zweiten Weltkrieg leben und diese Zeitebene füllen, haben sich überhaupt nicht angestaubt, sondern sehr, sehr echt angefühlt. Und irgendwie schiebe ich dieses Buch immer weiter vor mir her. Es ist ein Rezensionsexemplar und ich werde es in den nächsten Wochen priorisieren. Komme, was wolle, das hier werde ich nicht mit in die zweite Jahreshälfte ungelesen nehmen. Ja, und dann haben wir so ein, so ein Projekt oder eine Videoidee, die ich am Anfang angedeutet habe, die nie ins Leben umgesetzt wurde, in die Tat umgesetzt wurde. Ich habe im vergangenen Frühherbst mal überlegt, dass ich mich an so Romane traue, die in zwei Zeitebenen spielen und die irgendwie ein Familiengeheimnis und so weiter beinhalten. In dem Bereich hatte ich vorher noch gar nichts gelesen und das hat sich mittlerweile verändert, aber das war sozusagen der Auftakt im vergangenen Herbst, wo ich dachte, ich würde gerne mal was von Lucinda Riley lesen, ich würde gerne mal was von Kate Morton lesen und ich würde gerne mal was von Catherine Webb lesen. Und dann habe ich eine Gebrauchtbestellung bei Rebuy getätigt und habe von allen drei Autoren ein Buch gekauft. Habe das immer unterschlagen in Neuzugängen, warum auch immer. Ich wollte dann so eine Art Reading Vlog drehen, die vergleichen und so weiter. Ja, ihr wisst, es hat so ein Video nie gegeben und die Bücher sind auch immer noch ungelesen, aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen, denn Lust ist immer noch da, vor allem, weil ich in der Zwischenzeit eben auch solche Arten von Büchern jetzt schon gelesen habe, unter anderem zwei Bücher, zwei andere Bücher von Catherine Webb, die ich richtig gut fand. Und mal gucken, ich habe eher so ein Gefühl, dass diese historischen Bücher mit zwei Zeitebenen und so weiter eher was für mich für den Herbst sind. Von daher werde ich die wahrscheinlich schon noch ein bisschen schieben, aber ich will euch zumindest zeigen, welche es sind. Von Catherine Webb ist es das Versprechen der Wüste und hier freue ich mich ehrlich gesagt von allen dreien am meisten drauf, weil ich einfach schon zwei Bücher jetzt in der Zwischenzeit von Catherine Webb gelesen habe und ich finde, dass sie Settings ziemlich gut hinkriegt. Und hier ist eine Zeitebene im, ja, im Orient eigentlich, 1958 und es geht um Archäologie und was so aufgedeckt wird und was das für Auswirkungen haben kann und so weiter. Und ja, von den dreien, die ich euch jetzt zeige, die so Geheimnis, historisch, zwei Zeitebenen, wie auch immer sind, ist das hier das, worauf ich mich am meisten freue. Und die anderen beiden sind die Mitternachtsrose von Lucinda Riley und der Verborgene Garten von Kate Morton. Ich würde sagen, das zweitinteressanteste von diesen dreien ist für mich die Mitternachtsrose, weil ich von dem mehr gehört habe bisher. Ich weiß, dass zum Beispiel Christine auch das mal als Hörgenuss hatte und da sehr interessant geschwärmt hat. Deswegen würde ich sagen, das hier wäre Kandidat zwei von den dreien, die ich lesen würde, aber auch nur, weil ich hier mehr drüber weiß. Und Kate Morton ist einfach eine Autorin, so wie Lucinda Riley auch, von der habe ich auch noch nichts gelesen, die ich mal ausprobieren will. Und Sarah Sophie kennt sich in dieser Art von Genre extrem gut aus und hat gesagt, dass das einer ihrer Favoriten von Kate Morton war. Und das sind sozusagen jetzt die im historischen Romanbereich beziehungsweise teilweise mit zwei Zeitebenen die Bücher, die ungelesen hinter mir stehen und ja, irgendwann dann gelesen werden. Meine letzte große Rebuy-Bestellung war im Sommer des vergangenen Jahres und da habe ich noch einmal alles mitgenommen, woran ich so grob Interesse hatte, viele Autoren, die ich weiter verfolgen wollte und so weiter. Und einiges davon ist immer noch ungelesen, vor allen Dingen im Thriller- und Fantasy-Bereich. Und ich habe mir danach relativ vehement abgewöhnt, Bücher so auf Halde zu kaufen. Ich habe dann einfach die Bücher immer erst gekauft, wenn ich sie lese. Ihr kennt das schon, ich sage das immer wieder, wie mein Kauf- und Leseverhalten so ist. Aber aus den letzten großen Rebuy-Bestellungen sind noch einige übrig, an denen ich immer noch großes Interesse habe und die ich in der Zwischenzeit nicht aussortiert habe. Im Krimi-Thriller-Bereich sind das sechs Bücher, allerdings nur von drei Autoren. Also da habe ich gleich auf Halde gekauft. Zwei sind auch welche, die ich euch immer wieder zeige und zwar Die Wahrheit und der Schatten von Melanie Rabe. Ich habe die Falle extrem gefeiert, die Wälder für ziemlich blöd befunden und diese beiden hier hatte ich dann im vergangenen Jahr auch irgendwann mal gebraucht, einfach gekauft. Und ich habe da immer noch große Hoffnungen. Selbst wenn die Wälder nicht meinen Geschmack getroffen haben, weiß ich, dass zum Beispiel Kali die Wahrheit und ich glaube vor allem der Schatten total gut gefallen hat. Und deswegen habe ich immer noch Lust auf diese Bücher und Melanie Rabe wird eine Autorin sein, die ich so übers Jahr verteilt jetzt noch weiter verfolge. Ein Einkauf mit Potenzial für Blödheit waren die nächsten zwei Bücher, nämlich Band 2 und 3 der Jona-Linner-Reihe von Lars Kepler, Paganinis Fluch und Flammenkinder. Und die habe ich gekauft mit, zusammen mit der Hypnotiseur Band 1 und da wusste ich noch gar nicht, ob mir das gefällt. Und das habe ich mir wirklich vehement abgewöhnt, Reihen zu kaufen in mehreren Bänden, die ich noch gar nicht angefangen habe. Und in dem Fall war es jetzt in Ordnung, weil der Hypnotiseur mir gut gefallen hat. Und deswegen werde ich diese Reihe auch weiter verfolgen. Allerdings habe ich gerade so im Krimi-Thriller-Bereich eher andere Sachen auf dem Schirm. Ich hatte Paganinis Fluch vor einem Jahr ungefähr oder so dann auch nochmal angefangen in einem Try-A-Chapter und da hatte ich so fünf Krimis, fünf oder sechs Krimis-Thriller angelesen und hatte die so in so einer Rangliste sortiert. Und da hatte mir Paganinis Fluch genauso in der Mitte gefallen. Also es hat mich schon angelacht, aber es gab noch zwei Bücher, die ich irgendwie interessanter fand. Und die habe ich dann, glaube ich, in dem Monat weitergelesen und fertig gelesen. Ich finde, dass vor allen Dingen der Jona Linner als Ermittler wenig schwermütig ist und in diesem Genre damit fast, ja, eine Besonderheit. Deswegen werde ich das schon irgendwann weiterlesen. Hohe Priorität hat sie jetzt erstmal nicht. Aber die beiden stehen jetzt schon mal ungelesen, wartend auf mich im Regal. Und die letzten beiden Bücher, die ich ungelesen im Regal, naja, im Krimi-Thriller-Bereich stehen hier noch mehr ungelesene Bücher. Aber an denen habe ich kein Interesse und die habe ich auch uns nicht zugelegt. Von daher zähle ich die jetzt mal nicht zu meinem Sub. Phobia und Kalte Stille von Wulf Dorn sind auch im vergangenen Jahr bei mir eingezogen, auch gebraucht. Ich hatte Trigger gelesen und fand es super. Und dann habe ich diese beiden hier gekauft. Und das sind auch Erwachsenen-Thriller. Und dann habe ich 21 Dunkle Begleiter seinen neuesten Jugend-Thriller aus dem vergangenen Jahr gelesen und fand den ziemlich blöd. Und da ist mir so ein bisschen die Lust vergangen, aber nur, naja, intuitiv. Eigentlich weiß ich, dass ich oder ich glaube, dass die Erwachsenen-Thriller von Wulf Dorn mich immer noch mehr anlachen und dass es eigentlich unfair ist, das Gefühl von 21 auf diese Bücher zu übertragen. Aber das war wohl irgendwie so ein unbewusstes Ding. Ich glaube, das sind eher welche, die ich so in den Spätherbst schieben werde. Und jetzt abschließend zeige ich euch die ungelesenen Bücher aus dem Fantasy-Bereich. Das sind die meisten und das hat auch Sinn. Denn Fantasy-Bücher sind die, die mir optisch am besten gefallen und zu denen ich mich dann auch physisch am meisten hingezogen fühle. Das sind also Bücher, die ich sehr gerne entweder nachkaufe, wenn ich sie schon als E-Book oder als Hörbuch gelesen oder gehört habe oder die ich, an denen ich großes Interesse habe und weiß, die hätte ich eigentlich gerne in meinem Regal stehen und dann eben schon physisch kaufe. Auch das oder gekauft habe, denn auch das habe ich mir ziemlich abgewöhnt. Ich kaufe eigentlich keine physischen Fantasy-Bücher mehr, vor allem nicht komplette Reihen, die ich noch nicht mal angefangen habe oder die ich nicht schon digital gelesen habe, weil es mich einfach auch vom Format her beim Lesen zum E-Book oder zum Hörbuch zieht und dann kann ich mir das physische Buch ja hinterher immer noch kaufen. Deswegen sind es im Fantasy-Bereich die meisten ungelesenen Bücher. Aber es sind auch immer noch Sachen, an denen ich großes Interesse habe, die ich teilweise vor mir herschiebe und die zeige ich euch jetzt. Das erste ist ein wunderschönes Geschenk gewesen und zwar diese wunderschöne illustrierte Schmuckausgabe von Die Schöne und das Biest. Das ist, glaube ich, schon ein Buch, was ich gerne mal von vorne bis hinten lesen wollen würde. Nicht so wie bei den Harry Potter illustrierten Ausgaben, wo ich einfach sehr gerne zwischendurch immer mal reinblätter. Ich würde einfach gerne die Originalsage um Die Schöne und das Biest mal wirklich so in Gänze genießen und da ist natürlich so eine Schmuckausgabe noch doppelt schön und das ist dann auch was, was mich physisch überhaupt nicht abschreckt, sondern worauf ich mich eher total freue, mich da durch die Seiten zu blättern und zu gucken, wie die schön gestaltet sind und dabei eben auch die Geschichte zu genießen. Das ist allerdings ein relativ frisches Geschenk gewesen und dann gucke ich mal, wann ich dazu kommen werde. Es ist bisher jedenfalls noch ungelesen. Von der Videoidee im historischen Roman-Genre hatte ich euch jetzt schon erzählt und das gab es für mich im vergangenen Jahr auch im Fantasy-Genre und auch das ist nie zustande gekommen. Ich hatte mir total klug überlegt, wenn ich endlich im vergangenen Jahr dann Der Nachtzirkus von Erin Morgenstern lese, dann würde ich gerne einen vergleichenden Reading-Vlog drehen, wo es auch um zwei andere Fantasy-Bücher geht, in denen die Geschichte in einem Zirkus spielt. Und dann hat der Nachtzirkus meine Lust darauf völlig zerschossen. Ich hatte aber schon zwei Bücher gebraucht gekauft, die ich in diesem Reading-Vlog auch lesen wollte und auch vergleichen wollte. Ja, da ist es bisher nicht dazu gekommen. Ich habe trotzdem immer noch Lust auf die Bücher. Das eine ist Dunkelsprung von Leonie Swan und Das Herz der Nacht von Fabian Siegmund. Ich glaube, dass die doch relativ unterschiedlich sind. Das Herz der Nacht hört sich ein bisschen eher so in die Romantasy-Richtung an und Dunkelsprung hat einen Flohzirkus im Vordergrund, in dem es eben auch magische Geschehnisse gibt. Und beides hört sich, glaube ich, irgendwie besser an als der Nachtzirkus. Und Ramona vom Kanal Literar ist im Bereich Zirkus-Fantasy ziemlich bewandert und hatte beide auch ganz gut empfohlen. So war ich auch zu der Entscheidung gekommen, diese hier dann gebraucht zu kaufen. Nachdem der Nachtzirkus meine Lust für eine Weile zerstört hatte, ist es dann nicht dazu gekommen, dass ich so ein Vergleichsvideo gedreht habe. Aber ich habe immer noch Lust auf diese Bücher, weiß aber noch nicht, wann ich dazu komme. Geplant ist es jetzt in der nächsten Zukunft erstmal nicht. Und auch schon hundertmal habe ich euch erzählt, dass ich unbedingt endlich mal was von Brandon Sanderson lesen will im Fantasy-Bereich. Das ist so, ich würde mal sagen, in der epischen Fantasy der bekannteste aktuelle Schriftsteller und auch global, glaube ich, der erfolgreichste. Und seine Werke sind aber extrem einschüchternd auf mich, weil das immer entweder epische Reihen sind oder in sich auch schon epische Bücher mit irgendwie tausend Seiten oder so. Und ich hatte mich dann mal so ein bisschen eingearbeitet. Seine Geschichten gehören auch teilweise zusammen und Reihen gehören zusammen und so weiter. Und dann hatte ich mir eins seiner Einzelbücher ausgesucht, was ich dann mal gebraucht gekauft hatte. Und das steht auch in meiner eigenen Jahres-Challenge, also endlich was von Brandon Sanderson zu lesen, auf meiner Liste. Es gibt noch eine Reihe, nämlich die Mistborn-Reihe Kinder des Nebels, die mich auch extrem interessiert. Aber ich wollte mich erstmal an ein Einzelbuch wagen. Sturmklänge ist eins der wenigen Bücher von Brandon Sanderson, das alleine steht. Die anderen gehören alle immer irgendwie auch zusammen. Und deswegen hatte ich dann Sturmklänge mal als Mängelexemplar gebraucht gekauft. Und das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch gelesen. Ich will endlich mein Häkchen setzen bei Du hast mal was von Brandon Sanderson gelesen. Ja, und dann kommen wir in den Bereich hier von diesem Regalbrett hier unten. Und das sind, ja, Ausdrücke dafür, als ich noch Reihen so am Stück gekauft habe, ohne zu wissen, dass sie mir überhaupt gefallen. Ich habe zum Beispiel zwei Bücher der Reihe um Locke Lamora gekauft. Also die Lügen des Locke Lamora und Sturm über roten Wassern von Scott Lynch. Ich hatte die Lügen des Locke Lamora auch schon mal in einem Trial Chapter angelesen und fand das gut, hatte aber in dem Moment irgendwie nicht die Kapazität, mich auf sowas Anspruchsvolles einzulassen. Also die Welt ist schon sehr intensiv beschrieben und ich hatte eher, als ich das angefangen hatte, Lust auf was Leichtes, auf was leicht Verdauliches. Und so bin ich dann nie dazu gekommen, diese Reihe weiter zu verfolgen. Und jetzt ist es so, also es gibt schon drei Bücher aus dieser Reihe und das vierte ist immer wieder geschoben worden, immer wieder aufgehoben worden, immer wieder verspätet worden. Und das ist für mich irgendwie kein gutes Zeichen. Ein bisschen so wie bei Game of Thrones. Und wenn sich das Ende einer Reihe immer wieder so rauszögert, dann warte ich, glaube ich, immer lieber erstmal ab, bis die Reihe tatsächlich beendet ist, bevor ich sie dann lese. Nicht, dass ich sie lese und der Autor schreibt die Reihe nie fertig. Ja, deswegen habe ich jetzt schon mal Band 1 und 2 im Regal stehen. Habe da immer noch großes Interesse dran, vor allen Dingen, weil der Anfang von Die Lügen des Locke Lamora Band 1 mich gut überzeugt hat. Aber jetzt warte ich erstmal, wie es so in der Publikationsgeschichte weitergeht. Ungelesen ist auch immer noch Band 2 der Nevermore-Reihe von Jessica Townsend. Wunderschmied ist auch schon längst ins Deutsche übersetzt worden. Ich hatte das immer von mir her geschoben, weil ich dachte, ach, jetzt wartest du erstmal, bis das Erscheinungsdatum von Band 3 ein bisschen näher rutscht und so weiter. Band 3 ist jetzt übrigens auf den Herbst verschoben worden. Das sollte eigentlich erst im August erscheinen. Und das werde ich dieses Jahr definitiv noch lesen. Hier, Wunderschmied und wahrscheinlich dann auch Band 3. Das ist eine wunderbare Kinder-Fantasy-Reihe. Und bei dem hier bin ich gar nicht böse drum, dass ich mir das schon mal physisch gekauft hatte, ohne dass klar war, wann ich es denn dann genau lese. Das hier werde ich definitiv noch lesen und für gut befinden. Weiter geht es mit einem Buch, was ich schon seit Erscheinen schiebe. Das habe ich jetzt über ein Jahr schon physisch im Regal stehen und es ist immer noch ungelesen. Das ist King of Scars von Leigh Bardugo. Das ist der erste Band einer neuen Dialogie von ihr. Und Band 2 ist auch immer noch nicht angekündigt worden. Hier geht es um den Zahn Nikolai, den es auch in den anderen Griecherbüchern gibt. Und ich glaube, das ist so ein Kandidat, bei dem ich jetzt warten werde, bis Band 2 erschienen ist und dann lese ich beide hintereinander. Es hat auch danach erscheinende gemischte Kritiken gekriegt. Das schreckt mich jetzt erstmal nicht so ab. Es sorgt aber auch nicht dafür, dass ich es jetzt sofort in die Hand nehme. Und dann werde ich jetzt mal warten, bis Band 2 da erscheint. Und dann habe ich es schon im Regal stehen und dann ist es auch nicht mehr ungelesen. Ich habe jetzt mal nur Poison Study rausgezogen. Die anderen beiden Bände der Trilogie um Jelena von Maria V. Snyder stehen auch noch ungelesen physisch hinter mir. Gehören zu meinem Sub. Das ist so ein Kandidat. Ich bin nicht böse drum, dass ich es komplett physisch gekauft habe, als ich noch nicht mal Band 1 gelesen hatte. Das sind nämlich Cover, die ich besonders schön finde. Es gibt noch eine andere Cover-Variante, die ich nicht so schön finde. Und diese hier gibt es auch, glaube ich, nicht mehr aufgelegt oder wie auch immer. Ich wollte jedenfalls die zusammengehörigen Cover haben und habe deswegen alle drei gebraucht, dann irgendwann so zusammengesammelt. Und das ist vor allen Dingen eher so mit politischen Intrigen eine Fantasy-Trilogie. Und da habe ich immer noch großes Interesse. Auch hier habe ich schon mal ein Try-A-Chapter gemacht und das war so in der Mitte gelandet. Ich glaube, auf einem Platz mit Die Lügen des Locke Lamora oder so. Naja, jedenfalls steht die gesamte Trilogie ungelesen in meinem Regal und wartet noch auf mich. Und das Letzte ist Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Das hat Kali mir vermacht und ist eine Reihe, die ich so grob auf dem Schirm habe. Ich habe relativ viel über den Autoren gelesen und finde den sehr sympathisch, ihn und seine Frau. Und weiß auch, dass das bisher schon verfilmt wurde und dass das was eher düsteres im Jugendfantasy-Bereich ist. Und ich finde diesen Schulaspekt toll und so weiter. Ich habe auch gemischte Dinge darüber gehört, deswegen zieht es mich jetzt akut nicht so sehr dahin. Aber so ein diffuses Interesse im Hinterkopf ist auf jeden Fall da. Ja, vielleicht überkommt mich die Lust ja irgendwann noch spontan. Das ist jetzt jedenfalls der Auftakt dieser Reihe und steht wartend ungelesen bei mir im Regal. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt meinen Sub abgearbeitet. 27 Bücher sind natürlich immer noch 27 ungelesene Bücher. Deswegen kann ich in Zukunft eigentlich nicht sagen, dass ich keinen Sub habe. Das haben wir hiermit jetzt anders festgestellt. Aber es sind irgendwie erklärbare Subleichen. Teilweise, wo mich das Format ein bisschen abschreckt. Teilweise, wo ich voreilig gekauft habe, aber immer noch Interesse habe. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit diesem Umfang. Ich finde vor allem, dass es mich überhaupt nicht einschüchtert. Ich habe nicht das Gefühl, die 27 Bücher muss ich jetzt unbedingt erstmal lesen, bevor ich überhaupt irgendwas anderes lese. Und das ist ja irgendwie, glaube ich, so das Hauptding, dass man sich auf die Bücher freut, die man entweder im Regal hat oder die man noch in nächster Zeit lesen will und neu kaufen will. Und in dem Maß, wie mein Sub jetzt aussieht, bin ich ganz zufrieden. Und jetzt bin ich gespannt, was eure Subhöhe so ist. Seid ihr damit zufrieden oder fühlt ihr euch überfordert? Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020